Katastrophe, kommentiert ein User unter einem neuen Schnappschuss von Sarah Engels und andere Nutzer pflichten ihm bei. Was hat die Sängerin falsch gemacht? Eigentlich strahlt das Bild von Sarah aus Bali ja Entspannung pur aus. Die Musikerin hat sich für das Foto an einen Baum gelehnt und präsentiert im knappen Look ihren durchtrainierten Körper. Das Bikini-Oberteil und die Hotpants mit Gänseblumenaufdruck stehen Sarah Engels hervorragend. Was die Follower aber zu bemängeln haben, sind ihre Schuhe. Die Schuhe zerstören das schöne Bild oder schönes Bild, nur die Schuhe sind furchtbar, heißt es in den Kommentaren zu den hellgrünen Crocs, die Sarah auf dem Foto trägt. Andere hingegen finden genau das erfrischend. Jetzt darf man nicht mal bequemes Schuhwerk im Urlaub tragen. Würde sie in Heels da stehen, hättet ihr auch was zu meckern, lautet ein Kommentar. Sarah Engels wird die Schuhdiskussion unter dem Foto aber sicherlich nicht aufregen. Stattdessen genießt sie ihre Auszeit wohl lieber mit ihrer Familie in vollen Zügen.